Oben war keiner mehr. Oh doch! Hey! Da war doch einer. Richtig gefischt mit dem Bömmchen. Wo hinten her sneaken? Komm her. Komm her. Guck, guck, so kleine Schlampe. Boah, Alter, da oben bin ich nicht erkannt. Hallo, Freunde, was geht ab? Wir sind drinnen, im neuen Game, Call of Duty MW3. Direkt die Frage an euch, was ist eure Meinung zu dem Gerät hier? Was haltet ihr davon? Wie ist der Stand der Dinge? Macht es Spaß oder nicht? Oder was ist der Plan? Servus. Dankeschön. Ich für meinen Teil muss sagen, es macht durchaus Laune. Und was ich vor allem ganz cool finde, ist das generelle Gamefeeling. Waffensound ist sehr cool. Movement ist sehr cool, wie ich finde, weil es macht Spaß. Klar, teilweise kommst du wieder in Lobbys rein, wo du dir die Frage stellst, was ist denn jetzt hier los? Aber bislang bin ich doch durchaus zufrieden, tatsächlich. Komm her. Wämmchen rein. Alles reinschmeißen. Boah, was ist denn hier los? Alter, boah, Junge, was war denn los? Der Treffpunkt der Jäger oder was? Da ist irgendwo einer, der ist am Snipey. Er trifft nix, ich trifft nix. Oh, gut. Haben wir. Wo, wo, wo? Ach, da. Boah, hab ich gar nicht gesehen, den Kollegen. Hier, der geflitzt ist so. Da hinten sind sie irgendwie alle. Geh mal hierher. Von hier oben ein bisschen was wegsneaken. Der ist schon weg. Da ist einer. Gut, gut, gut. Haben wir. Betäubungsofen rein. So. Da oben ist er. Oh, verdammt. Und was ich schon öfters sehen musste, ist wirklich viele Campies. Vielleicht machen das auch, um auf ihre Tarnungen zu kommen. Weiß nicht, was man dafür genau tun muss. Aber sonst ist es gut. Das war klasse. Oh. Ach da. Hä? Wer war er denn? Favidus Maximus. So, hier rein. Hier ist keiner. Ah boah. Mann, 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 oh. Manni, Meti, Manni. Ich zocke hier die Bass B. Finde ich ziemlich cool, das Gerät. Äh. Habe ich jetzt mal so ein bisschen gelevelt, um die ersten Aufsätze zu bekommen. Und die machen mir bis jetzt eigentlich ganz gut Laune. Wenn man den mal eintrifft. So. Wo sei er? Da ist einer. Zack. Schön. Mitgenommen. Hier die Mäckchen einpacken. Da oben ist er. Komm her. Komm. Das war ein Fehler. Boah, Alter, warst du schlecht. Junge, junge, junge Bad. Jetzt hier. Schön Teebeuteln. Bam, 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 bam. Meine Güte. Oh, gut. Röntgen haben wir. Angeschmissen. Wo hucken sie? Da ist einer. Komm. Komm her. Komm her. Komm. Komm. Aha. Oh, gut. Gut, gut, gut. Noch einen für die nächste Stadiki. Bin ein bisschen zu offen. Weg hier. Oh, scheiße. Oh, das war dumm. Das war dumm. Das war sehr, sehr dumm. Dummi, dummi, dummi. Aus der Hüfte. Raus hier. Feuer. Wieso brenne ich eigentlich? Boah, hast du das gesehen? Hast du das gesehen, wie ich den Outplayed habe? Wahnsinn. Das war auf jeden Fall geplant. Noch einer? Komm her. Gut. Hey, hey, hey. Läuft doch bislang ganz gut hier die Runde. Servus, servus. So, da hinten. Ach, Junge. Was ist denn da schon wieder los, ey? Triff wieder gar nichts. Teilweise hast du das Gefühl, okay, das läuft ganz gut. Und dann wiederum bei manchen Gegnern, wo du dir die Frage stellst. Was ist denn da mit dem Aim los? So, hier mal hoch. Da ist einer. Gut. Wir sind noch mehr, glaube ich. Vielleicht hier rum. Wir sind schon mal hier. Er ist ein bisschen verloren. Der Kollege. Da ist auch einer. Komm her. Komm her. Gut. Dröhne haben wir wieder. Da war noch einer. Nehmen wir kurz ein Kistchen hin. Oh. Oh. Hören Sie mal. Hast du das gesehen? Wow, wow. Hinlegen. Knopps Ding. Dröhne an. Da oben sind sie. Haben wir. Oh. Oh. Geil. Das Ding hier anschmeißen. Dann. Den Aerosol Luftschlag. Wir machen den dahin. Dahin. Und dahin. Bam. Und noch ein Marschflugkörper. Aber ich wurde, glaube ich, gerade hier damaged. Den kaufen wir uns. Ah, fuck. Egal, Karl. Schön ein paar Kills mitgenommen. Sehr, sehr goodie. Hey. Da ist er. Oh. Gut, gut, gut. Da oben war keiner mehr. Oh, doch. Hey. Da war doch einer. Richtig gefischt mit dem Bömmchen. Wo hinten her sneaken? Komm her. Komm her. Boah, Alter, da oben. Bin nicht erkannt. Noch eine Minute. Den will ich aber jetzt haben, der mich da geholt hat. Die kleine Drecksau. Wo ist er? Gutes Ding. Hey, hey, hey. Zweiter Platz. Ist doch ganz gut gelösen. Würde ich behaupten. Servus. 2411. Alter, was war das denn? Das ist ja für mich schon fast wie... Keine Ahnung. Sehr gut. Ey. Dankeschön fürs Zusehen. Und so ist es eigentlich...